Seid ihr noch auf der Suche nach einem passenden Adventskalender, der euch auf die Weihnachtszeit einstimmt? Equiva hat gemeinsam mit der Initiative Reiten gegen Hunger einen Adventskalender für euch zusammengestellt. Insgesamt gibt es 100 attraktive Preise zu gewinnen, darunter zwei VIP-Karten für Horses and Dreams in Hagen mit Übernachtung und Frühstück im Steigenberger Hotel in Osnabrück, eine Trainingsstunde bei Dressurexperte Dr. Ulf Möller und ein personalisiertes Video von der Firma ReitTV. Der Kaufpreis beträgt lediglich 5 Euro und wird komplett an die Initiative Reiten gegen Hunger gespendet. Sichert euch jetzt einen der letzten Kalender in eurer Equiva-Filiale.